So schön, Werni. Jetzt haben wir den ganzen Tag auf der Piste verbracht und das ist jetzt unsere Belohnung. Ja, ja, Heinz. Ich bin recht auf dem Weg, Heinz. Wir sind jetzt also schon ein bisschen eingefahren. Was ist dir eingefahren, Werni? Hast du schon getrunken? Nein, Heinz. Skifahren ist mir eingefahren. Ich bin müde. Gut, Werni, du bist auch gefahren wie eine Maschine. Ich? Nein, nein. Heinz, da gibt es noch andere, die fahren viel besser Ski als Werni. Das stimmt. Ich habe einen gesehen, sagt er es. Ich gerade so im Sessel, bin ich drauf gefahren. Da gesehen ich einen, weisst du, hat so einen Seitensprung gemacht, so eine krasse. Einen Seitensprung? Du hast es schon gesehen. Hoffentlich weisst du auch seine Freundin in Neid Heinz. Nein, nein, nicht so einen Seitensprung, weisst du. Das ist so rückwärts aus der Haftpipen, weisst du, Facki. Dann ist er so in die Luft drin gewesen und dann hat er gerade so trillen, 360 Grad, hat er noch eine Nosenbohnen gemacht. Einenländer, ich weiß alles krabbelt. Pechside. 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 mình heisst Pechside. Pechside. Pechside heißt Pechside. Hei, das ist auch immer Pechside, ich denke. Jetzt ist es warm. Dann zieh ich dich doch ab. Nein, dann habe ich zu kalt. Werni, kennst du das Zwiebeln-System? Zwiebeln-System? Ja, Werni, du musst sie anlegen wie eine Zwiebeln. Schau so wie ich. Zuerst hast du eine Schal, das ist die äusserste Haut. Zieh sie ab. Dann kommt die zweite Haut, Werni. Zweite Haut. Nach dem grauen Pulli kommt der braunen Pulli weg. Verstehst du? Dann habe ich ein Thermolibli mit Kräger. Dann kommt das Thermoshirt Unikrägerli. Jetzt habe ich schon nicht mehr so warm. Dann kommt das normale T-Shirt. Und jetzt isst es mir wohlwählen. Ja, aber auch Heinz. Du bist eine echte Zwiebeln. Gratuliere. Aber weisst du, was machst du jetzt mit dem ganzen Kleiderschäufe? Hast du extra noch ein Köffel dabei? Weisst du, Heinz? Ich mache ein Knobel-System. Einmal auf, dann stinkt es ein wenig. Ja, Herr Gratine, Heinz. Man kommt es sich fast ein wenig vor wie in Mallorca. Mallorca, Werni. Weisst du, was wir jetzt machen, wenn ich in Mallorca wäre? Ein wenig an den Strand liegen, etwas trinken. Weisst du, ein Sexos on the Beacos. Was? Nein, Heinz, das heisst Sex on the Beach. Jetzt bist du noch nicht weiter mit deinem Englisch, Kürsli. Natürlich, Weni, aber das ist Spanisch. Leck Heinz, du bist ein schönes Sprachtalent. Grazie, Weni. Du, aber Weni, wieso redest du denn du von Mallorca? Die haben doch Döcke Ski-Anzüge. Nein, Heinz, das Herr geht rein, eigentlich wegen der Boom-Jaggen-Bum-Jaggen-Schlagermusik. Von wegen Boom-Jaggen, Weni. Jetzt habe ich ein heisses Ski-Hässli entdeckt. Jetzt musst du schauen, Weni, jetzt packt Heinz seine Dance-Moves aus. Dance-Moves? Kannst du tanzen, Heinz? Das habe ich gar nicht gewusst. Schon sicher, Weni. Oh Heinz, ich glaube, kannst du wieder absetzen. Kommt gerade der ganze Juppel ein Apres-Ski-Leder und tanzt das Ski-Hässli an. Ski-Hässli ein Problem. Kommen wir, nehmen wir noch eins, Heinz. Heinz, das ist mein Lied. Kommen wir auf die Seite, Heinz. Das ist mein Lied. Jetzt kommt der Weni. Als sie zu tanzen, Weni. Ja, sicher so. Mein hat mein Freund nach Wernel-Tschechsen gesagt. Das habe ich gar nicht gewusst. Als sie mögt sie auch von Fein für von dir, Weni. Oder ist sie gerade geklet? Heinz, das ist mein Vies. Achtung! Wernel-Tschechsen! Äh! Wernel-Tschechsen! Untertitelung des ZDF, 2020